Willkommen zu einer weiteren Runde. Wir spielen Trade mit Mikko Alcantin, Parkgear, CSGO, Wingman, Global Elite und so weiter. Legt sofort mehr Kühe als Einwohner, als Einwohner, weißt du Bescheid, Sven 218. So, ab geht's. Ah, das ist klar, das Wasser wieder komplett. Ich hab extra verzögert. Ja, außen rechts. Ja, und links. Spawnen. Ah, Mitte Ball, ja, komm. Boom, Junge, deine Mutter. Geh einfach zurück über Spawnen. Ich wollte, ich wollte auch Messer. Ich glaub, da wird jemand abgestaffelt. Ich glaub, da wird jemand abgestaffelt. Das ist wieder Zeit für Negev. Ich hab eine Kühe gekauft. Die hätte ich dir auch kaufen können. Was? Ja, ist die hochbeboostet. Okay, Spawnen. Ja, ich umlauf die. Ich versuch's jedenfalls. HK hält schon die OP. Okay. Warte mal. Geil. Wie, mach ich das jetzt? Mach ich zwei Kills. Ja, genau. So. Äh, ich würd vier drücken. Oh, Mann. Und die ist auch hässlich, die scheiß AK. Alter, muss los. Was, Red Line oder was? Hm? Die Red Line ist auch gut. Ich hab die Hashtag VSKI forever. Ja, aber das ist die Red Line. Hm. Nope. Nope. Komm, lieber Backup oder wie sieht's aus? Jo. Mh, nicer, nicer. Jo. Jo. Ein hattenhit mit. Grün ist OP, 64. Das müsste Grün gewesen sein. Mhm. Oh. Ich hab mal, das ist noch nicht rumgelaufen. Nice. Das ist immer die gute Zeit, wenn Mikro mich durchcarryt, dann weiß ich, hier ist eine gute Runde. Kann ich nehmen. Kann ich nehmen. Oh, da bin ich aus dem Spy-Menü gegangen. Da lass mich. Okay, mit dem Stickern ist die wirklich hässlich. Ja, stimmt zu. Ja, stimmt zu. Ja, ohne Sticker, weil die würde ich eigentlich ganz schön, hast du recht. Aber... Hm. Okay, bei hinten auf jeden Fall nicht. Ja, da müsste die Leiter kommen. Ja. Einer train, ich bin down. Safe. Ja. Oh mein Gott, ich hab 19 HP überlebt. Nice. Ich hab einen von den beiden schon angeschossen. Ich weiß aber nicht, wer das war. Hm. Das war der andere. Ja, nicht grün. Äh, hinten rechts. Kommt direkt... Also rechts. Nicht bei dir, sondern da. Genau, rechts. Jo. Ist jetzt ans... Oh, lass. Ja, ich hab ja gesagt, den hab ich schon angeschossen. Ah, der war gut angeschossen. Hm. Für meine Sturffrack. Ha! Ich hab mich aber auch gut gefetzt, der Kerl. Ich hab mich durchgefetzt. Na, 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 na. Ich hab mich durchgefetzt. Na, na, na. Und... Und... Leiter einer. Pusche ihn mal raus bitte. Ich habe ihn dreimal getroffen und das waren 81 und ich habe ihm vorher auch schon Hits gegeben Zeit für die Entschleifungskillt das auch aber ich glaube das wird ja nicht mehr die betätigt werden aber egal ich meine nicht AWP aber okay und die Leiter oder von hinten einer Spawn? Wo ist der? Spawn. Der in Spawn. Der in Spawn. Ja okay. Ja weil den einen habe ich ja schon grün. Achso. Was sagt er doch? Deine Steps habe ich gehört Bro. Die waren zu laut. Das ist richtig. Mir helfe. Zwei Runden noch. Die müssen wir benutzen. Ja der in Spawn. Ja. Und Train. Blend. Ander von hinten. Ich versuche bei unseren Spawn dann wieder zu heben. Okay. Beide bei mir. Direkt. Also ja. Die. Geh. Der war drauf aber okay. Ohja. Da oben? Da oben. Na gut so. Wurda aus der Kontinuit. Da oder so. Aber egal. Hm. Tod ist tot. Das ist immer wie. Move it move it. Aber der eine Schuss hätte auch drauf sein können, also den hätte er ruhig töten können. Ja hinten spawnen wieder. Ja der da Awe, glaube ich. Oh man! Ja hinten spawnen. Bei uns. Okay. Der ist immer noch Tränen, ja? Nein, er hat mich! Ja, spielt SG 553. Ah ja. Ah, das war's komplett. Egal! Er hatte ja einfach no scope, wahrscheinlich, oder? Haben wir immer vorher gezählt. Ja, aber trotzdem, auf die range? Ja das ist so lachen, du. Ah, mit der Awe muss man nur treffen. Ja, aber auf die range no scope ist ein bisschen... Unlatched, wie man so schön sagt. Ich geh weiter. Ja. Ich verzögere und mach dann krass... ...blend. Er ist so durchgepusht! Er steht bei der Leiter in der Ecke. Alles klar. Ich hab ihn, glaub ich, sogar noch geneift. Ich hab's nicht noch geachtet, um ehrlich zu sein. Oh man! Ich hab so viel Timepech! Du überretter dich! What? Hey! So... Ja, dieser... ...md-Type, der ist gerade abzu durchgepacet. Der war richtig motiviert. Ach so schön. Ich hab's nicht. Hm-mm. Hm-mm. Händen links an, äh... ... am Spot. Nein! Innerdings auch! Man, der Titz! 85 runter! Der läuft nach links! Ja! Nein! Du musst nicht! Bitte nicht! Boah! Nicer, nicer! Schotty! Ist das ne... Ne, das ist ne... Das ist das G. Ja, nach so ner Runde. So, weg mit dem Sprott! Ich... Ich bin aber G nicht. Ähm... They will remember us after today. Remember... ...denn... Smoke! Alles klar, okay. Grünes AP. Aber nicht so viel... Wie Piker hier. Dass ein Piker geht dann, ja. Die Leute. Äh... Alles klar. Also das war schon böse Outmoved. Er geht in den Held, ich schmeiß die Molotow an den Kopf. Und lauf weiter. Hm. Oh, nice! Aua! Pro... 90! Das ist ja andere Ehre! Hoppala! Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Na ja, auch nicht. Außer ein... Ein bisschen mehr. Und dann easy. Zwei Runden auf jeden Fall noch. Die gönnen wir uns jetzt. Und dann easy. Oh, nice! Aua! Oh! Oh! Nice! Alles drin außer Loose! Hiiii! Nein! Das war auch close! Na! Oh, schade. Ich hab'n 6er Fall Damage gekriegt. Und äh... Bin dann zweimal random in die rein gepusht. Wie so'n Vollidiot. Er hat mich gegessen, das geht. Hinten rechts in die Ecke. Ne? Oh maaaaan! Darf ich Waffe safe'n gehen? Mh mh. Alles gut. Mach's doch auch so. Es lebt nur noch grün. Du kannst ja gerne versuchen, in 50 Sekunden meine Waffe zu safe'n und noch einen Kill zu machen. Ah, dann haben wir eh gewonnen. Hat Grün nicht gekillt eigentlich? Äh, ich... Glaub' wohl, ja. Was hat er aus'n Neppe? Ja, SSG hat er. Das ist in Ernie, ne? Da ist er, müsste er gewesen sein. Wo? Wo ist da? Links! Genau da. Ich weiß, da ist ne gute Beschreibung, aber... Ja. Einfach pushen. Ja. Nice! Boom! Let's go! Let's go! Oh! Oh! Allerbester Spieler. Meisterabschlüsse als bester Spieler. Sechs. Fins. Tim. Natürlich kriegst du wieder irgendwie irgendeinen Gegenstand und ich... Nichts! Graffiti! Alles klar. Ladies and gentlemen, das war CSGO Wingman. Ich schwitze, mir ist warm. Mir auch. Falls ihr zu dem 30% der Nicht-Abonnenten gehört und ihr bis hierhin geschaut habt, dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass ihr ein wunderschönes Abo da lassen solltet. Ist gratis, ihr unterstützt uns damit und ihr werdet nicht voll gespammt. Deswegen, vielen Dank schon mal für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.